Macmillan nimmt das Bulli. Gibt es da noch einmal den Schuss. Schläger dazwischen. Paulett gegen Olsen. Jetzt geht es aber noch einmal richtig zur Sache. Olsen gegen Paulett. Er muss aufpassen. Der Gegenspieler liegt schon auf dem Eis. Er haut da immer noch drauf. Jetzt bricht hier der Vulkan aus in Nürnberg. Also Paulett. Er hat noch mal einen Schuss. Uiuiui. Paulett lässt sich feiern. Und Olsen hat es mal richtig übel erwischt. Mal schauen wir drauf. Hier ging es los. Olsen mit dem ersten Schlag. Dann noch einmal mit dem Crosscheck Richtung Kopf. Also anfangen wollte definitiv Herr Olsen. Und hier kassiert er. Und da liegt er am Boden. Und dann gibt es noch die Schläge. Ja, da müssen dann auch die Rafter dazwischen gehen. Da musst du eigentlich dann auch aufhören. Also, Initiator klar. Olsen überhaupt keine Frage. Olsen überhaupt keine Frage.